Guten Morgen, liebe Gattl- und Werkel-Fans. Frohe Weihnachten euch und eure Familien nachträglich. Bei uns ist Weihnachten heuer ausgefallen oder zumindest verschoben. Der Grund für das ist, wir sind beide vom grippalen Infekt eingeholt worden. Zwei Tage vor Weihnachten, super Aktion. Wenn man hier umschaut, heute ist strahlend blau. Es wäre ein richtig lässiger Tag. Es war richtig schön. Die ganzen Backel der Weihnachtsbaum, alles steht noch so, wie wir es hingestellt haben. Ich habe die ersten drei Tage Bettruhe gehabt. Die ersten zwei Tage war ich 39.30 Uhr. Nicole hat Murz und Husten, genauer als wissen wir dann morgen. Und es ist immer wieder so, komischerweise steckt man sich immer in der Firma auf. Und es ist fast jedes Jahr das gleiche Theater. Es gibt halt einfach Leute, die kranker arbeiten gehen und die stecken sich halt einfach alle gegenseitig auf. So ist es. Ich finde es arsch. Aber im Endeffekt glaube ich 20 Stunden pro Tag Bettruhe gehabt. Es kann nicht gesund sein. Ja, in diesem Sinne genießt euch eure Weihnachtsfeiertage noch. Wenn wir dann wieder besser beendet sind, gibt es neue Videos. Ein paar sind noch in der Warteschlange. Die sind unvollständig durch den kurzen Ausrutschen da jetzt. Die werden wir dann fertig machen. Im Keller geht es weiter. Ein paar Projekte haben wir. Ja, schönen Weihnachtsfeiertag noch und einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal.